Was auch nicht schlecht ist, ist ein Modern Warfare 2 Community-Spezial mit alten Bekannten. Und ich brüll mal ein bisschen mit Hardy, die Ohren wegfliegen. So sieht's aus. Das Schwachspiel wird gleich 4 gegen 4. Warum ist der Schwachspiel? Ja, nur Hardy zu ärgern. Und Huni, guck dir mal die Teammates. Jawoll, wir haben gewonnen. Wir haben Huni im Team. Wir haben ihn nicht kennen, der mit dem man vorher die ganze Zeit mal weiter gespielt hat. Die kennt man ja leider. MW-A-T ist dann der Pimmel-Feed. Malene! Malene, guck mal unten. Alles vielleicht, macht. Malene ist immer noch zu knüpfen. Und es stimmt, kennt sich aus. So, mit genug Einleitung. Lebt nur noch Huni, lebt nur noch die Tieter. Kann nicht sein, die am verkacken sind. Nein, der ist hinten aus. Huni, Huni. Ja, Huni, Huni. Der ist auch A-Lang gelaufen. Der ist jetzt unter dem Hediport. Na mal, wenn ich mir wem schließe, dann ist das alles klar. Hätte ich ja fast geschossen. Natürlich. Aber der ist ja auch. Der ist jetzt auch dem Hediport, der Huni. Der Rettung. Hä? Hä? Hör dich auf Tromm, das Gegner zählen. Hä? 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 ja mann wachten locker und jetzt sehen müssen mit dem wort es mit einem wort jetzt sehen es ist alle drei gemolcht auf jeden fall bei der ehrung umgeholt nein ich habe alle drei gemolcht ach so deshalb habe ich 3 0 ja das sind auch vier gegner sind ja vier gegner aber das muss uns ja ich komme mal nicht durch ah genau ich habe dich nicht gesehen das ist so schlimm spielst du mit der mal oder mal normal mit Ana als Spieler hi Jay einer ist auch hinten links bei den dritten im Spawn ich habe mich schon gehofft ne der ist rot ah Leute das war mein Ende der ist rot also da ist noch einer ach komm ey kannst du noch mit dem anderen spielen du scheiß Snoop ich hab doch gerade einen Pfeil ausgespielt ja ja eine Mutter ey um drauf um drauf Leuwus der ist bei uns hinten rüber Peter ey der war um den Heli-Port zu sagen um den Heli-Port zu sagen nö 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 einfach was er war kein Spray er war voll gezielt nein Hauptsache Grundmagazin so kleine Aner ja ja hättest du noch ungefähr 3 Sekunden mal ankommen wir können endlich viel Schiss machen unendlich viel noch ein Cheater guck mal du weißt doch ich hab Vandana das Wort und endlich nicht drauf äh zertobiert die Bomben fliegen ist doch mal eine gute Idee fuck you du hast mir nicht gegeben am Arsch Peter ist durchgelaufen der ist auf unserer Seite der hat die Ruder der hat die Ufer gewechselt ich hab die Ruder gewechselt nein nein komm schon du hast mir doch weggeslippt jetzt am Arsch ey die machen das ich hab mir einfach das wenn wir nehmen ja sicher einfach durch dann hat Hardy aber echt das Opfer gespielt hm na ich hab gefeated boah Hardy jetzt 2-3 ist aber nicht so prickelnd naja boah hallo die Knarre sieht man aber nicht so häufig bei uns im Let's Play naja aber ist eigentlich gar nicht schlecht das ist so ne Offenbarung immer mit äh endlich mal so lange rennen können wie man will ey was macht der denn da oh einer ist unten im Keller gewesen fuck sehr gut Peter ist mal gestoppt da kann der nicht von hinten kommen wie jetzt mal oh fuck Mitte ist Sepp ist links da am Heliport sind links von der Lotte links ist am Heliport oder unter Heliport oder unter Heliport du bist der Pist oder unter Heliport 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 5 Stunden machst des ja den Sepp macht alle ach komm voll den jetzt einfach ey scheiß drauf irgendwann da muss der da rein gehen Echt, ey, komm mal rein, Hanni. Guck mal, Hanni mal zu. Wo ist er denn? Ohja, Hanni regelt. Oh, cool. Der ist gar nicht mehr. Was ist der denn? Keine Ahnung. Jaja. Der ist voll verarscht. Hör der Scheiß. Warte mal. Komm mal, der weiß genau, wo er ist. Ja, ich hab... Nein! Au! Au! Alter, ich hab mir den Arsch geschossen. Der ist irgendwo vor uns im Sport. Scheiße! Ah, bleib doch nicht da ruhig. Ich hab mich erschrocken. Sie sind ja nicht da runtergefallen einfach. Das wär witzig gewesen. Sehr nice, Hardy. Hast du gut gelackt. Oh yeah! Suche und zerstören. Leck mich am Arsch. Das Ziel verteidigen. Ja. Alter, wie lange wir nicht mehr mit so vielen Leuten gespielt haben. Ich bin von verwirrt davon. Wie viele Gegner es geben kann. Geil, ohne Scheiß. Mach richtig groß. Oh, ganz viel unten! Nein! Na, Peter? Bist du da, Eierfänger? Ja. Boah, ich hab... Ich hab gerade den Teppchen rausgenommen. Ach, komm! Weißt du, Seb, du kannst aber nix kannst du. Der ist unten im Keller. Der ist noch bei denen rechts auf der Seite. Da sitzt aber gerne Hardy drin. Einer ist zurück in die Base gegangen. Einer ist zurück in die Base. Ohhhh, da war er schon da. Einer ist zurück in die Base. Komm, du Schuss. Das ist aber sehr gerne das, wa? Unten im Keller. Bei deiner Mom? Boah. Oh, ja. Nee, nee, nee. Der Mom hängt ja immer im Dachstuhl. Mach nen Fledermaus. Ja, doch. Nee, im Keller ist doch schön drin. Ach, komm, wir gucken. Oh, ich bin grad für ne geile Fing. Schade. Oh! Alter. Alter! Scheißig! So, jetzt geht die Fing wieder. Sehr gut. Nein! Oh! Nein! Oh! Schade. Ich tue es wieder. Hey, der Top ist gleich bei Nukuni. Diese Stunden hast du jetzt gezockt. Wie viel Spielzeit? Oh, schon viel. Ich bin jetzt mit Oliver Level 32. Ich bin grad bei Level 20. Ich bin auch bei Level 20 jetzt. Ich bin nicht schnell noch. Vanela? Vanela ist ein Camper, oder? Nukuni. Ja, heißt das Spiel. Das PlayStation. So, was ähnliches wie Final Fantasy. Oh, ich würde sagen, er so... Das Witt war zu der Beste. Ja, aber Final Fantasy kennt sie gut wie jeder. Ich weiß, aber ich mag Final Fantasy nicht. Ho, 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 ho. Doch, auf was ihr macht da. Hier sind bei uns drin. Hol'n dir, Hardy. Ja, soll ich reingehen, sagst du? Nein. Ich hab reflektiert an, ne? Das passiert dir nicht. Ah, scheiße. Ich hör'n, der ist unten im Keller, oder? Da ist er doch. Ich hör'n. Der leise Vanela. Ich hab reflektiert an. Das ist doch scheiße, Jay. Na, ich hab mir das schon genau gedacht. Das hat einer nicht wollen, ey. Spätestens nach der zweiten Folge, oder zweiten Map, würden wir eh uns alle gegenseitig killen. Das stimmt gar nicht. Hat er eigentlich schon mal die Bombe gelegt? Ja, Huni hat schon einmal die. Ah ja doch, gegen mich oder? Gelegt. Boah, der hat aber direkt eine gekriegt, ey. Ich dachte, der wär eben toll. Willst du dich verarschen, Mann, ey, ey? Der ist ein Header. War gut. Der hat so'n Geräten. Das war gar nix, Pete. Ne, das war gar nix. B-Spot war der. Ah, wo ist er denn? Wo sind die denn? Ne, ne, der ist Witter. Ich hab' gerade auf ihn geschossen. Bitte? Wo denn? Ich seh' nix. Wo ist er denn? Weiß ich nicht gar, wo er ist. Da schießt noch einer. Time is running up, Manele. Hat er sich verlaufen oder so? Ich weiß nicht, wo der ist. Der versteckt sich wahrscheinlich. Warum ist er denn gefühlt? Ganz knappe Geschichte. Was ist das, ey? Gut gemacht. Hast du geschmeichlich durch die Hose geatmet, sagst du? Wenn wir einfach damit angeben können, dass er weniger Deaths hat als Peter. Ja. Das ist das Ziel. Soll ich dazu. Aufklärungsdrohne online. Aber das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt Zeit für'n Königsgranatenwurf. Alter, zwei Stück hier. Ach, kommt ihr Wichser! Ja, Peter, du darfst dich mit mir anlegen. Hä? Zwei haben wir. Ja. Kötet ihn! Ja! Ja! Ich bin Hadi! Ich bin Akimbo auf, aber spiel selber damit. Ja, ich muss da dagegen halten, weißt? Ich hab dann mittlerweile aufgegeben dagegen. Also, dass ich selber sage, ich mach halt nicht mehr. Weil ihr spielt ja auch ständig damit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber erstmal die erste halbe Stunde rumflamen. Ja, Hadi ist halt konsequent. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit der Waffe kill gemacht hab. Ja, nee. Hadi ist konsequent. Ja, aber jetzt ist ja auch, weil du nix kannst. Der stirbt jetzt erstmal. Alter, fick dich. War gar nicht so schlecht schon. Was hast du denn da geschrieben, Muni? Ja, ich bin auf die Tasten gekommen. Du Hure! Du bist so... Ja, komm ich war geflasht, das war ja wohl ein Kinderspiel. Ey, wo sind die denn? Einer ist bei uns, wo ich... Wow! Oh Gott, ey, bin ich da so schlecht, ey. Oh, ja. Oh, ja. Mit 2,16 ist aber echt peinlich. Ja, komm ich war in so ein Fun-Game hier. Das ist doch scheiße mit 4 gegen 3. Ja, das ist 4 gegen 3, ich schreiß doch schon mal an. Ah, das ist ein Fun-Game. Du bist so scheiße mit 4. Das ist so, wie das aussieht. Ja, wir hatten halt gerade keinen Tim. Ja, jeder, mach mir da einen neuen Timmy. Aufklärungsdrohne online. Ach, ihr seid so schön wohl. Ach, ihr seid so schön wohl. Ach, komm, Peter ganz ehrlich. Boah, nice. Nice. Ey, da war ich auf die letzte Runde auch. Auf jeden Fall. Mein Gott. Boah. Oh, ich hab ein Vorwärter. Oh, ich hab ein Vorwärter. Schlossflasht. Wenn du flasht. Ja, das ist halt ein Fun-Game. Bist du den? Ja, also ich bin doch auch im Längen besser als... Ja, mein Gott. Du hast halt nicht faktisch mehr springt Du hast schon ein paar Hahaha Ist doch egal Das ist eigentlich zwei Dinger da mehr Oder du bist mit Stolz Was ja auch nur Na ist egal Fuck, 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 fuck Der war auf Alarm Was spiel ich denn jetzt? Ich spiel wie ich will Ich spiel wie ich will Ach man ne, man ne war das Das ist Alarm Was ist der Alarm Wow Oh nein Okay, ich hab mich minimal erschrocken Und ich habe minimal daneben gezielt Der ist Alarm Der ist Alarm Alles klar Wow Ja, aber ich hab dich vorne getroffen Und das ist Keiner, das ist keiner messen Ich glaub das soll das Beste wieder in Okun spielen gehen Hahaha Kann ich keine machen Hahaha Aber auf Filter bin ich ja nicht sauer Der ist ja nicht im Nebenmodus drin Leute, ganz viel Alarm Gute Im Amodus Die haben ja beide getroffen Ja du bist ja grade im Minokuni Modus Du kannst ja halt jetzt grad schießen Peter wird am liebsten seinen Vertrauten jetzt rufen Ja Für ihn spielen Ja Meine Katze Wer lebt denn da auch Du hast ne Katze? Ich habe gestern eine Stunde vielleicht verbracht, an den Berg rumzulaufen. Eines dieser Viecher wollte auch nur ansatzweise gezähmt werden. Das hat mich so angekotzt. Du würdest halt aber auch von hinten Vögel. Gibt es da irgendwie einen besonderen Trick, damit die noch schneller sind? Ja, das wäre schon ein Zufall. Gibt ja auch so Nebenquests, wo man welche fangen muss. Da raste ich immer aus. Das dauert immer ewig. Rechts am Bunker. Was meinst du bei diesem Tier vor? Ja. Ja, genau. Ach, kommt. Ach, schade. Nachdem der eine daruntergetrafft ist, dachte ich, gekommen. Was hast du für eine Synthity? Synthity ist für deine Maus. Gut gemacht. Ich bin nicht verletzt. Keine Ahnung. Synthity? Was für eine Synthity hast du da drauf? Weiß ich jetzt da gar nicht. Die ist halt so, wie sie ist. Mit solchen Prosachen springt wir nicht. Genau. Das ist einfach... Alleine Stellung, wie schnell die ist, du Horst. Hallo. Toli, deine Standard Einstellung. Ja. Ja. Was geht denn jetzt ab? Ja Singi, jetzt bin ich allein oder wie? Und die haben jetzt Tim. So Adi, ich bin Tim, Mensch. Der ist unter dem Helipod, chillt da. Blut, ist nur ein Cheater. Im Play schaffte noch nicht mal gegen Manelo. Halt die Fresse. Und noch mit G18, jawoll. Halt dein Maul. Warte, schränke mich mal ein bisschen an, ja. Halt dein Maul. Nur weil du einmal die Bombe durchfimmst hast, ey. Nee, da bin ich aber daran, dass ich nicht sobsgabe mich genug. Du bist einmal weniger gestorben. Ja, und du hast nur einen Kill mehr als ich. Als wenn du uns auf dem Fenster wärst. Aufklärungsdrohne, Aufklärungsdrohne. Aufklärungsdrohne gesichtet. Auf den Augen drauf. Blick mich am Arsch, der hat mich die ganze Füße gekillt, ey. Ah, schieß doch. Dann hörst du auch zu schießen. Ach, fick dich. Ich hab genauso oft gekillt wie du, bin aber einmal weniger gestorben. Ja, ich hab auch einmal. Und du hast dreimal die Bombe defused oder so'n Kram. Ja, aber... Ach, deine Mutter hat dreimal die Bombe defused. Als sie sich rausgepresst hat, kam erst mal der Doktor und hat mit dem Hammer draufgehauen. Dann kannst du doch immer einen Schwanz lutschen. Nee, tut mir leid. Ja, Klitoris lutsch ich nicht bei dir. Ja. Können wir den Sack jetzt mal zumachen? Ja, mein Streisiger. Ja, halt doch, die Fresse. Alter, die Fresse. Wenn du mal ein bisschen weniger sterben würdest, Hadi, dann hätten wir den Sack schon lange zugemacht. Leider hab ich nicht so zu sagen. Ne Snipermitte, geflasht. Alter. Nein, da kommt der durchgerusht, der Hurenfixer. Noch einer hinten. Hinten rechts. Ach, dann war der unten in der Treppe. Klar war ich unten in der Treppe. Oh mein Gott, er leckt mich fett. Steht drei Meter neben dem und dann fängt er zu messern. Oh ne Scheiße. Scheiße, ich bin alleine. So, Manele, meine Rache wird kommen. Der war oben auf dem Häuschen. Diesem kleinen, quadratisch praktisch guten. Oh, wie soll der sich ja anschleicht, er wie so ein Volk. Wir haben den Rollers gegen einen ohne Ninja gewonnen. Ja, den kann er ja drauf machen. Ne, den kann er nicht, weil er noch nicht hat. 44 hast du da drauf, oder? Der hat Ninja drauf, aber keine Pfotenstelle. Wir stehen kurz vor dem Sieg, Freunde. Ja, dann muss er halt... Ja, das war nice, vielen Dank für Zuschauer. Und gleich geht's nochmal 4 und 4 und gleich ist es nochmal ein Volk. Ciao. Peter, du bist nicht gut. Nein, 15.